Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis. Und im Moment müssen wir ja über so viel neues Zeug reden, was mit diesem neuen Erzählbogen Spiegel-Universum Teil 1 gekommen ist, dass natürlich auch heute wieder ein Video da ist, das sich mit einem neuen Teil beschäftigt. Du siehst es ja schon da im Bildschirm, auf dem Bildschirm. Bevor ich aber zur unredlichen Ausweiderüberholung komme, das ist auch ein Wort, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, oder meine Videos magst, abonniere den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Wir haben diese Woche vier neue Überholungen, also vier neue Schiffskins. Drei haben sich mit der neuen Apex-Barriere beschäftigt, die ja auch noch Thema sein wird hier auf dem Kanal und die ja komplett neu eingeführt wurde mit dem Spiegel-Universum. Die vierte hier hat jetzt damit nichts zu tun, ist für mich aber tatsächlich die interessanteste von den Vieren. Warum die drei anderen für mich nicht in Frage kommen, habe ich in den jeweiligen Videos gesagt. Aber der Ausweider hat hier schon etwas Nettes. Erst einmal gilt aber hier auch, es funktioniert nur bei einem einzelnen Schiffstyp, also nur auf Gorn Ausweidern. Kleiner Hinweis, Groppli hat jetzt veröffentlicht, dass jetzt, ich weiß nicht, ob es heute Abend aus meiner Sicht, wenn ich das filme, kommt. Ich filme das hier am Donnerstag, also die Reihenfolge filme ich nicht immer ganz so, wie du siehst. Ab heute soll es, wenn ich das richtig verstanden habe, das Event geben, worüber man den Ausweider und die Ausweiderbaupläne über das Event bekommen kann. Dann bin ich mal sehr gespannt, auf jeden Fall donnerstags die Augen offen halten, da geht ja möglicherweise unter dem ganzen Apex-Armada-Chaos ein bisschen was unter. Wenn es kommt, spreche ich da sicherlich auch nochmal über das Event mit der Zeit. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, der bei diesen Schiffskins immer dabei ist, nämlich, dass es ein permanenter Buff ist. Egal, ob du es hinterher aufs Schiff packst oder nicht, sobald du den Skin freigeschaltet hast, hast du auch den Bonus, den er mit sich bringt. Da musst du ihn nicht aufs Schiff sofort packen, damit das auch wirklich funktioniert. Nein, mit der Freischaltung gibt es dann auch den Bonus. Und in diesem Fall sind es drei Boni. Erstmal wird die maximale Basisfrachtgröße des Gornausweiders erhöht. Wie diese Prozentsicht zusammensetzen, kann man hier jetzt nicht sehen. Ich glaube, in der Vorschau was gesehen zu haben, dass das mit Level zu tun hat. Aber das kann ich jetzt nicht beschwören. Bei den anderen beiden Boni steht es wenigstens dabei, nämlich erhöht außerdem die Apex-Schiffsteile um 50% und die Gornausweider-Teile um 30% in der Gornausweider-Raffinerie. Also du kriegst hier einen Raffinerie-Bonus damit und dann eben auch noch einen Frachtgrößen-Bonus. Das ist natürlich schon ein netter kleiner Bonus, den man mit diesem Schiffskin dann eben bekommt. Und deswegen auch für mich der interessanteste, die anderen drei kann ich gar nicht einsetzen. Diesen hier könnte ich einsetzen. Allerdings steht im Moment so viel an, dass ich den jetzt erstmal nicht kaufen werde. Dafür muss ich leider zu viel insgesamt ausgeben. Ich muss ja sogar zum Glück mit Unterstützung durch einen meiner Zuschauer diese blöden Gutscheine kaufen, um überhaupt die Videos machen zu können für Spiegel-Universum und so. Da wird das hier nochmal hinten anstehen. Aber das ist einer, den ich mir tatsächlich holen würde. Weil es eben diese Schiffsteile und die Ausweiderteile-Bonus in der Raffinerie gibt. Das ist von den Vieren, die es jetzt gegeben hat, mein Favorite. Da sind wir übrigens beim kleinen Punkt schon mal zu den Kommentaren. Ich habe da eine kleine Frage, die habe ich in meinem englischen Video auch gestellt. Und das würde ich von dir auch gerne wissen. Wenn du zwischen einer dieser vier neuen Überholungen wählen müsstest, welche würdest du nehmen? Schreib es bitte in die Kommentare und beantworte die Frage, weil ich sehr gespannt bin, was da für ein Ergebnis bei rauskommt, bei so einer kleinen Kommentarumfrage bei meinen Zuschauern sozusagen. Also bitte schreib es rein. Wenn du einen von den Vieren auswählen müsstest, welchen würdest du für dich nehmen? Aber natürlich kannst du auch sonst Fragen stellen und Video-Wünsche und so. Du weißt, ich lese die Kommentare eh regelmäßig. Aber Thema Lesen ist dann so ein Punkt. Ich werde demnächst noch was veröffentlichen zum Thema Livestreams. Denn Livestream ist schon was anderes. Und zum Thema unendliche Einfälle habe ich einen Livestream gemacht, weil ich mir gedacht habe, was soll ich mich da abends hinsetzen? Video drehen? Geh das Ganze doch live mit deinen Zuschauern durch. Und da hast du eben auch diesen direkten Kontakt. Ich bin jetzt keiner, der auf Twitch unterwegs ist. Da musst du halt andauernd live senden und so weiter. Und ich habe es schon mal erwähnt, dass ich auch viel Ehrenamtliches mache. Das würde meine Zeit nicht erlauben. Aber ob ich Livestreams dann regelmäßig zum festen Zeitpunkt hinbekomme, kann ich auch noch nicht versprechen. Aber ich werde sicherlich gelegentlich, mindestens gelegentlich, den einen oder anderen Livestream machen. Dann schauen, ob ich da eine Regelmäßigkeit reinbekomme. Aber das ist etwas schwieriger. Deswegen verspreche ich es nicht. Aber da finde ich halt gut, dass man sich direkt austauschen kann. Ich habe es ja gestern, als mir mein Rücken beim Video durchging, auch erwähnt, dass ich hier extra umgebaut habe, damit ich, wenn ich dann Livestreams mache, auch den Live-Chat besser verfolgen kann und besser auf meine Zuschauer, also auch auf dich reagieren kann, wenn du was in den Live-Chat da reinschreibst und so weiter. Und da werde ich, wenn der nächste ansteht, das muss ich jetzt noch Termin nicht mal eben schauen, aber dann werde ich was veröffentlichen auf meinem YouTube-Kanal. Da gibt es ja immer diese Beiträge. Und da werde ich einen Beitrag veröffentlichen. Da kannst du sozusagen dir Fragen für mich hinterlassen, also nicht dir, sondern mir Fragen hinterlassen, was du denn gerne mal in so einem Livestream beantwortet haben möchtest oder was Thema von so einem Livestream sein sollte. Auf dem deutschen Kanal habe ich ja noch nicht ganz so viel gemacht wie auf dem englischen, weil ich später angefangen habe. Da sind ja einige Themen noch offen und wir können sicherlich auch davon was über einen Livestream mal abarbeiten sozusagen und uns da ein Thema mal genauer im Livestream anschauen. Deswegen schreib bitte mal in die Kommentare, was du dir so vorstellst, wenn ich dann diesen Beitrag dann reinstelle als Ankündigung. Nur, dass du jetzt schon mal Bescheid weißt, dass das kommt, dass du, wenn du so einen Beitrag mal siehst, auch weißt, ach ja, da sollte ich ja mal drunter schreiben, was ich so für ein wichtiges Thema halten würde, wo man mal im Livestream ein bisschen genauer reingucken sollte. Und im Laufe der Zeit werde ich sicherlich auch mal Themenumfragen oder sowas auf dem Discord machen. Im angepinnten Kommentar, das kennst du ja, steht ja was zum Abonnieren, zum Kommentieren drin, wie man meine Arbeit unterstützen kann, aber eben auch, wie man an den Discord-Link rankommt, falls man noch nicht auf meinem Discord ist. Aber jetzt sind wir tatsächlich dann, trotz der kleinen Info, an dem Punkt, dass, wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste hier im Handscreen ist. Ich sehe dich dann da. I'll be back.